Es gibt einen schönen Tag! Ich bin froh! Guten Tag! Wie soll ich mich sein? 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 Hallo Freunde aufgehend Sonne und willkommen zu einem neuen Video. Hier auf diesem YouTube Kanal. Heute ist der 13. Januar 2020. Damit haben wir den zweiten Montag im Januar, also der zweite Montag in diesem Jahr. Und warum erzähle ich euch das? Weil heute ist ein ganz besonderer Tag, denn jeden zweiten Montag im Januar gibt es einen nationalen Feiertag in Japan. Und der heißt Sejinshiki, das heißt so viel wie Coming-of-Age-Day, beziehungsweise Tag des Erwachsenenwerdens. Hier versammeln sich alle Japaner und Japanerinnen, die vor kurzem 20 geworden sind, beziehungsweise noch bald 20 werden. Die versammeln sich heute und feiern einfach, dass sie heute erwachsen werden. Denn in Japan würde man mit 20 erwachsen. Das sind alles Leute aus einem Jahrgang, die hier zusammenkommen. Und ich bin in dem Fall im Keio Plaza Hotel hier in Shinjuku. Viel Spaß mit dem Video und mal schauen, was hier alles so abgeht. Ich nehme euch einfach mal mit, das ist was ganz besonderes. Ja, let's go! Ja,まず,みんな,おめでとうございます! Omeでとうございます! 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 Nann歳歳ですか? 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 24歳ですか? 22歳です! 22歳ですか? Ah, 22歳ですか? 22歳です! 22歳? 22歳ですか? 23歳 사� specul créer. 22歳 oder 24歳 hora didn´t das precisa! 25ajas? Ja erwarte, dass ich jetzt eine Höhe 2 Jahre李 Ja, wieso? Wie sind alle das Thema? Wir sind alle in die Zwischenzeit. Ach, als ich in die Zwischenzeit. Also, viele sind auch in der Zwischenzeit. Also, sind alle schon sehr久, oder? Ja, ich bin seit 3 Jahren. Ja, ich bin seit Jahren. Was machen Sie im Zwischenzeit? Ich werde die Zwischenzeit in der Zwischenzeit, und in der Zwischenzeit in der Zwischenzeit. Okay, dann gehen Sie zu essen? Ja, gehen Sie zu essen. Ich werde es in die Zwischenzeit. Das ist so super. Ich habe eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt成長. Wie möchte ich in dieser Welt sein? Ich bin der Zukunft ein Lehrer für die Hochschule. Ich bin der Hochschule in der Hochschule. Ich bin ein großer Lehrer für mich. Das ist so toll. Danke. Dann, bitte. Danke. 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 veremos den Stand producto! оту、 receberよね! Several, е strony seg aquele auch! Hey, high, lie. Thank you so much. Thank you so much! No, die gehen. Today what is your birthday ist? 笠 tempel. What did you say, indeed? twelve-year-old vamobie. Right, so you see that! Ja, ja, ja. Also, wenn du 20 Jahre alt bist, warum du 20 Jahre alt bist? Ja, du 20 Jahre alt bist. Also, wenn du 20 Jahre alt bist, kannst du mit einem酒? Ja, ja. 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 Du bist sehr schön. Wie hast du denn heute? Ja, du bist. Das war 2年前. Das ist echt cool. Das ist normal, oder? Das ist normal, wenn du 20 Jahre alt bist. Das ist normal, wenn du 20 Jahre alt bist. Und wie viel das heute kostet? Ja, ich habe 2 Stunden. Du bist super. Ja, wirklich. Und wie ist das? Wie ist das? Das ist für mich. 40,000,000 Euro. Wow. Wie ist das? Ja, wahrscheinlich. Okay. Dann, der letzte Frage. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bye-bye. Bye-bye. Wir gehen. Wappen. 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 Wir müssen die Mehrheit verstehen, dass wir eine Chance bekommen. Jetzt möchte ich uns fragen, dass ihr alle ein bisschen ein Wunschwappen habt. Ich danke dir. Ich danke dir. Wie ist alle an das Körperschaft von den Körperschaften? Ich bin der Körperschaft in der Körperschaft. Ich bin der Körperschaft von der Körperschaft. Heute ist die Frage, was du bei dem Körperschaften Großartig? Was ist die Körperschaften Großartig? Wo sind diese Körperschaften? Issa, issa, issa. Issa, 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 issa. Das ist kein Japaner. Das ist egal, das ist egal. Was ist das? Was ist das? Das ist ein sehr wunderbarer Tag. Wir sind hier alle zusammen. Das ist toll! Okay. So, wie machen wir heute? Was machen wir heute? Wir machen alle zusammen. 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 Wie machen Sie jetzt? Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Das ist ein bisschen tiefes Frage. Wie wollen Sie in diesem Leben sein? Die Welt ist gefährlich, nicht wahr? Ich denke, ich denke, dass ich so viele Menschen bin. Ich denke, dass ich so viele Menschen bin. Das ist toll. Was ist das? Was ist das? Das ist toll. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Das ist eine andere chance. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich bin aus Deutschland. Was bin ich? Was ist das? Was ist das denn? Das ist das. Was ist das? Das ist der Junge. Was ist der Junge? Was ist der Junge? Ich bin der 20 Jahre alt. Wir machen einen Party. Das ist alles sehr schön. Vielen Dank. Was ist der Junge? 1 Stunde. 1 Stunde. 1 Stunde. 2 Stunde. Dann für die Mäcke und die Mäcke. Ja, genau. Und das Karten. Dann für die Mäcke haben wir das Auto? Wie ist das Auto? Was ist das Auto? Das ist meine Mutter. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die Mäcke. Die Leute sind ein bisschen? Ich bin ganz ehrlich, dass ich es so gut. Achte, die Leute haben. Wie viele? Wir haben eine Freundin. Ich bin ein Freund. 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 Dann wird der letzte Frage, der jetzt 20 Jahre alt ist. Die Verantwortung wird mehr als Kind. Es ist eine große Verantwortung. Wie soll man das? Wie soll ich das? Wie soll ich das? Ein素晴らしい Mensch Ein素晴らしい Mensch? Es ist vielmehr besser Was soll ich das? Ein素晴らしい Mensch Ein素晴らしい Mensch Das ist gut So, ich freue mich. Danke schön Danke schön Danke schön I'm already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know Ich bin in Deutschland 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 Und möchte ich viel Ich bin in Deutschland Ich bin in Deutschland Ich bin in Deutschland Ich bin aus wie ein Mein favorite Ich bin in Deutschland Wie viel Zeit für die Karte und die Mäcke? Heute ist es 3 Stunden. Ich werde die letzte Frage etwas tief. Wie ist es denn, ich bin ein Mensch? 20 Jahre alt. Ich bin ein Mensch, und ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Also, wir freuen uns alle! Danke! Fast alle Japaner machen das. Es gibt natürlich Einzelfälle, die dann das nicht machen, die sich weigern oder so, aber die meisten Leute machen das und das finde ich mega cool. Es ist sehr traditionell und mega schön. Gefällt mir sehr. Ich bin von Deutschland. Aber Sie können sich die Drei-Werchen zu sagen. Was ist die Drei-Werchen? Die Drei-Werchen ist das erste Mal für die Worte, die sich für die Drei-Werchen zu werden. Das ist das Worte. Die Drei-Werchen ist das Worte. Hier sind die Menschen, die sich als ein Kind zu tun, die sich nicht um die Verantwortung zu tun. Vielen Dank. Es ist ein sehr guter Wissen. Was alle mit dem anderen? Hier ist die alte Zuhörer. Hier ist das kleine Zuhörer. Hier ist die Zuhörer. Ja, du bist da auf. Nee, du bist das hier. Nee, du bist das hier. Joke, joke, joke. Wie viele Jahre dauert das? 5, 4 Jahre. Menschen zu sein. Hier ist die Universität. Wo ist die Universität? Tokio-Di-Hack! Tokio-Di-Hack, das ist das. Tokio-Keyzai-Di-Hack. Ich bin von einem Fachlein. Ich bin in der Karte. Was ist das Karte? Ich bin in der Karte. Ah, Karte. Hast du dich in France? Nein, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht in der Karte. Ich kann mich viel lernen. Das ist toll. Das ist ein Hakan. Ja, das ist ein Hakan. Wir mussten die Pferde angeben. Ich bin noch nicht so schön. Aber ich bin dann noch nicht. Wie ist auf dem Karte? Ich bin niemals für das Karte. Wann ist es für heute mal so? Ja, ich bin ein Karte. Ich bin jetzt für heute. Ich möchte mir eincliptes. Ich bin eigentlich nicht so schön. Das ist toll. Das ist toll. Das ist gut. Vielen Dank! Danke! Ich möchte mich als ein Mann und seine Freunde von seinem Mann zu erhalten. Okay. Ich möchte mich für diesen Reichen eine zauberung anmelden. Ein politiker? Nein, man muss ich auf dem Barsen sein. Auf dem Barsen. Ich möchte auf dem Barsen einen Taki So als ein Barsen sein. Also ist es der Taki Olympi? Wo ist erfolgreich vor? Ach, hatte ich was daran gewusst. Für mich nicht nur das Mal. Ich werde nicht alles ł рас能 sein. Das ist einfach ganz schön нашаschaft in Japan! Einer willarin Come ist es eher bemerksam. Das könntest du ja darum beruf! Das war heute von der Coming-of-Aid Ceremonie. Ich bin Seijinsuke, hier in Japan, hier in Tokio, in Shinjuku. Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Eintrücke bekommen. Es war richtig geil, sich mit den Japanern und Japanerinnen zu unterhalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr das interessant fandet, wenn ich mehr auf solche Events gehen soll, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Peace! Bye-bye! Bye! Seé no! Auf Wiedersehen! Okay. Tschüss! 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 Outro